Der Interregio Urlaubsexpress-Mittlenburg-Vorpommern von Köln nach Seebahn-Heringstorf über Hamburg-Harburg-Schwerin-Rostock-Strahlsund. Abfahrt 12.03 Uhr. Nächste Halb Hamburg-Harburg. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt an Gleis 10. Fährt nicht über Hamburg-Aufbahnhof. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Über Bremen-Münster haben Dortmund-Essen-Dünsburg-Düsseldorf die Anfahrt 13.00 Uhr 52.00 Uhr die Wagen der Erdbeeren.